Hinterm Haus, der Pusteblume-Fan-Podcast mit Julian und CF. Es ist die letzte Januar-Ausgabe. Das Jahr, das geht ja so schnell. Darf ich noch frohes Neues wünschen? Naja, den Leuten, denen ich es noch nicht gewünscht habe, auf jeden Fall dir wünsche ich das jeden Tag. CF, schön, dass du da bist. Ja, wo ist Neues? Zurück, erneut. Es geht mir ja nicht auf die Eier. Haben wir ja noch wünschen, ne? Und unserem Gast auf jeden Fall. Generell müssen wir dir erstmal Hallo entgegenrufen, weil der Michael, unser treuer Hörer, zum ersten Mal dabei ist. Ja, hallo CF, hallo Julian, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass du bist. Von wo rufst du an? Ich bin gerade in meinem Wohnort Hamm und rufe aus meinem Hamm in Nordrhein-Westfalen. Wo gemerkt, Wohnort, nicht Heimatort. Wohnort, da lege ich ganz viel Wert drauf. Und sitze hier in meinem kleinen Arbeitsbüro. In Hamm, das habe ich ja schon mal erzählt, ist auch das Einzige, was ich zu Hamm weiß. Da wird dir der Zug immer geteilt, ne? Das ist das Traurige, da weißt du mehr als ich. Ach Gott, ja, weil das eben auch nur dein Wohnen und nicht deine Heimatort ist. Ja, genau. Richtig. Und setzt mich in einen Zug und ich verspreche euch, ich komme irgendwo an, aber nicht da, wo ich will. Ja, okay, alles klar. Woher hast du uns entdeckt? Wo hast du uns entdeckt? Und was hast du dir bisher von uns angetan? Und warum wolltest du gerne mit uns eine Besprechung machen? Also zum einen, ich habe euch ganz klar bei YouTube entdeckt. Ich bin in Social-Media-Kanälen nicht so unterwegs. Da habe ich euch entdeckt und ihr müsst mir dort wirklich durch Zufall angezeigt worden sein, weil ich ja da meine Löwenzahnfolgen regelmäßig angucke. Da haben wir so lange drauf gehofft, dass genau das passiert. Die Leute wollen Löwenzahn gucken und hören an unserem Podcast. Ja, also so bin ich auf euch gestoßen. Ich gebe zu, ich bin kein Fan der ersten Stunde, weil das einfach durch Zufall so gewesen ist. Habe dann aber schnellstmöglich versucht, alles aufzuholen, was mit Peter lustig ist. Ja. Ich habe Fritz Fuchs nicht komplett ausgelassen, aber vieles ausgelassen aus dem ganz einfachen Grund, ich behaupte, ich könnte zu jeder Peter-Lustig-Folge was sagen, weil ich gucke mir die immer wirklich von erster Folge bis zur letzten Folge 200 immer wieder im Wechsel an. Wenn ich damit durch bin, dann gibt es halt Pusteblume. Und wenn ich mit Pusteblumen durch bin, ja, dann gibt es halt mittendrin. Und da mein Leben jetzt eben nicht nur aus Löwenzahn besteht, sondern ich habe auch noch andere Interessen, muss ich irgendwo Abstriche machen und da muss jetzt Fritz Fuchs ein bisschen drunter leiden. Aber nichts gegen die Person Fritz Fuchs. Nee, hast du denn die legendäre Folge gesehen, wo Peter nochmal zu Besuch war? Ja, selbstverständlich. Ich habe auch die Folge gesehen, die Abschiedsfolge von Hermann Paschulke. Auch das, ich habe auch die erste Folge von Fritz Fuchs gesehen. Allerdings, wie gesagt, ich muss da irgendwo Abstriche machen und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Daher bin ich dann bei Peter lustig hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, nichts gegen Fritz Fuchs. Und das werde ich, sobald es die Zeit erlaubt, auch nachholen. Ja, wir sind ja ein Nostalgie-Podcast, deswegen darf ich das fragen. Wie alt bist du denn? Ich bin 41. Okay, ja, ich auch dieses Jahr. CF, jetzt hängst du hier mit so zwei alten Leuten rum. Du musst dich hier mit noch älteren Fernsehen beschäftigen, mit Pusteglube Folge 2. Wie fühlst du dich? Ich sag's dir so, mit Mitte 30 bist du an dem Punkt, an dem du in der einen Community zu alt bist und in der anderen zu jung. Ja, das hat schon Ina Müller eins gesungen. Für Kevin zu alt und noch zu jung für Walter. Okay. So ist es jetzt, da genau hängst du jetzt rum. Und wir haben hier einen Pressetext. Hast du den auch, Michael? Nein, leider nicht. Das ist ein ganz kurzer, so schicke ich den dir schnell per WhatsApp. Wobei der so kurz ist, dass man ihn auch auswendig merken könnte. Was auch ich. Wir übernehmen das mal hier. Und witzig, dass du das sagst. Ich hatte in Vorbereitung, diese Pusteglube Folgen, die sind ja alle halb legal auf YouTube zu finden. Und in einem Kommentar hat jemand geschrieben, dass er versucht, seiner Nichte oder so irgendwie Peter Lustig immer unter zu jubeln, die aber nur Fritz Fuchs sehen will und bei Peter Lustig regelmäßig abschaltet. So ist das halt. Das ist halt ein Generationsding. Und das kenne ich als Sesamstraßen-Nerd umso genauer. Ja, möchtest du auch direkt den ersten Satz sagen? Dann übernehme ich gerne den zweiten und Cf den dritten. Sehr gerne. Wie lange braucht eine Kaulquappe, bis sie ein Frosch ist? Wie werden Katzen geboren? Fragen, die in dieser Folge beantwortet werden. Aufregend, was ein kleines Huhn erlebt, das aus einer Eierfabrik kommt und zum ersten Mal in seinem Leben eine Wiese erblickt. Interessant, was Peter Lustig mit zwei Siebenschläfer-Jungen erlebt, die er großzieht. Deutsche TV-Premiere, Sonntag, 14.01.1979, ZDF. Achso, das ist nur meine Notiz. Staffel 1, Folge 2, 30 Minuten. Wie kleine Tiere groß werden? Videotitel Peter und der Siebenschläfer. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir alles durch. Mehr können wir nicht machen zu der Folge. Wo war denn der zweite Siebenschläfer, den er großzieht? Das frag ich mich gerade auch. Das macht er regelmäßig, den einen hat er schon ausgesetzt. Das ist ja eigentlich auch ein Acht-Schläfer, ne? Das ist ja gar kein Siebenschläfer, das ist ja gelogen. Deswegen heißt unsere Folge ja Peter und der Acht-Schläfer. Super. Das gefällt mir geblicken und da kommt auch schon die Rüge vom ZDF. Ja, ich merke schon. Die ersten Beschwerdemaits. Okay, gut. Dann wollen wir uns mal die Folge zu Gemüte führen. Erstmal, ich muss ja sagen, diesen Vorspann. Ja, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also ich finde, diese Musik ist jetzt so, nicht so leicht nachzutüteln, aber man summt sie doch vor sich her. Ich mag das. Ich mag dieses Reduzierte. Und ich habe auch schon gedacht, wenn das heute laufen würde als reguläres Fernsehen, dann könnte man das super verarschen und man würde einfach Pustekuchen machen, statt Pusteglume. Da ist so viel drin, was Peter einfach so in die Kamera sagt. Später auch noch, was man heute natürlich so nicht unbedingt mehr sagen würde, weil das alles so zweideutig ist. Wie gefällt mir der Vorspann? Das hast du letzte Woche schon angemerkt. Ich glaube, es eher liegt an dir, dass du überall die Zweideutigkeit siehst. Allerdings, ja. Ich habe nichts gemerkt davon. Okay. Ach, schade, dass ich jetzt mein Handy nicht da habe. Ich hätte dir sonst gerne was vorgespielt. Nee, lass mal kurz sein. Aber mein Handy lädt ja immer auf. Ich bin ja ganz bei euch. Mein Bimmelt. Also das wäre... Ach, das warst du? Ich dachte, das wäre unser Gast gewesen. Das war ich ausnahmsweise. Also ich nehme die Schuld zu mir. Es war die Mehlzeit. Kassenbier nach Hamm. Ja, okay. Also dafür, dass das jetzt ja eigentlich schon die große Einspielerfolge ist, möchte ich sagen, inhaltlich hat sie mich ja abgeholt. Warum werden wir wohl in dem großen 10 Minuten Mittelteil entdecken? Wahrscheinlich wegen dem Siebenschläfer. Ja, ach so. Ach so, ja, natürlich. Peter hat jetzt hier offensichtlich einen Siebenschläfer draußen gefunden, der etwas verloren ihn anschaute und Peter sich dachte, ach, das ist ja keine Fledermaus, aber dann nehme ich mal den Siebenschläfer mit. Der beißt laut Internet. Man kann die wohl halten zu Hause, aber sie sind überhaupt nicht handzahm. Bei Peter ist das was ganz anderes. Sein Siebenschläfer, der passt bei ihm einfach überall in jedes Ding. Habt ihr schon mal ein frei lebendes Tier mitgenommen nach Hause? Ja. Okay. Dann fang du an, ich überlege in der Zeit. Also wir haben einmal den Fall gehabt, dass wir ein Eichhörnchen-Baby, das wie durch Wunderhand mitten auf der Straße lag und noch lebte, das haben wir eingesammelt und haben das dann auch zu einer Eichhörnchen-Sammelstation gebracht. Oha, muss man erst mal googeln, wo eine ist. Ja, also wir hatten so 60 Kilometer eine Tour. Ach krass. Also 60 Kilometer hin, aber das war es uns damals wert, weil wir einfach gesagt haben, wie viel Glück im Unglück dieses Tier hat, dass das mitten wirklich auf der Straße liegt, auf einer Bundesstraße und immer noch nicht überfahren worden ist. Ja, stimmt. Das war uns ganz, ganz, ganz wichtig und wir hatten, das ist jetzt gar nicht so lange her, wir haben einen relativ großen Garten. Ich glaube, das war bevor dieser in Anführungsstrichen Kälteeindruck kam, da war es ein paar Tage hier milder. Da stand ich draußen auf der Terrasse und da hatte ich einen kleinen Igel vor mir und ich bin ja, wie gesagt, leidenschaftlicher Löwenzanggucker. Ich so, er muss Winterschlaf halten, was macht der hier? Und daraufhin haben wir dann die Tierärztin unseres Vertrauens angerufen, die uns dann aber beruhigt hat und hat gesagt, das ist gerade so mild, da werden die mal wach, da gehen die mal auf Wanderschaft. Das scheint jetzt auch noch ein junger Igel zu sein, beobachtet den eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn der sich nicht vom Fleck bewegt, dann kommt vorbei, aber nach einer dreiviertel Stunde war er wie vom Erdboden verschluckt. Sehr aufmerksam, sehr, sehr tierlieb und ja, doch, also solche Geschichten hätte ich jetzt nicht zuerst, du auch nicht, oder? Da kennen wir uns doch gut genug. Leithack ist auf jeden Fall, Igel mit Katzenfutter füttern, die mögen das Zeug. Ja, doch, ich bin ja im Dorf groß geworden und ich erinnere, dass meine Mutter häufig irgendwas, was so ankam, auf dem großen Garten großgezogen hat. Das Weirdeste und bei der Geschichte würde ich dann bleiben, ist tatsächlich ein Vogelnest, das die Mutter verloren hat und wir haben diese Vögel großgezogen. Soll man ja nicht, man soll ja nichts anfassen, sonst irgendwas. Die wurden dann, ja. Hast du das so gemacht wie die Schwalben hier in dem Einspieler? Mehr oder minder, ja. Sie hat dann immer mit einer Pinzette Würmer geholt und die Tiere gefüttert. Das weiß ich noch, aber was genau nochmal dahinter steckt, müsste ich sie anrufen, reiche ich nächste Woche nach, wenn sie sich daran noch erinnert. Sie darf auch gerne Sprachnachricht machen. Soll ich es mal probieren? Nein, nein, nein. Schade. Nicht ins Private rein, außer du würdest das gerne, wenn du deine Mutter hier vor das Mikrofon zählen würdest. Ich weiß nicht, wenn ich hier Sprachnachrichten beibringe, was ich dann noch alles so tagtäglich ertragen muss. Die Frage ist, wenn Mutter erstmal Sprachnachrichten machen, dann schicken sie die immer sehr extra Länge. Ja, dann lass mal gut sein, würde ich sagen. Wir haben einen kleinen Käfig für den Siebenschläfer. Und Peter erklärt uns, dass er den jetzt quasi mit nach Hause genommen hat. Er hat einen süßen kleinen türkisen Käfig gemacht. Erstmal das Haus von Peter ist natürlich für uns als Löwenzahn-Ultras ungewohnt. Für Michael, der das immer wieder rotierend sieht, natürlich kennt er das Haus gut genug. Es ist aber nicht das Haus, wo auch Peter und Atze gedreht wurde, ne? Nein. Das sagt mir zumindest gar nichts, aber dass das irgendwie in der Verbindung steht. Das eine ist ja München, das andere ist ja Berlin. Insofern könnte das auch, glaube ich, nicht hinkommen. Somal wir ja auch gesehen haben, wo das Haus von Peter und Atze liegt. Diesen komischen Achteck oder was er da wohnte. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich würde gerne mal wieder gucken, die Peter und Atze folgen. Das ist auch schon mindestens ein halbes Jahr her. Ja, müssen wir die jetzt nochmal besprechen, oder was? Ja. Ansonsten setzt du dich mit Michael zusammen. Der guckt die ja eh alle paar Wochen durch und dann könnt ihr euch da ja treffen. Ja. Bist du generell ein Peter-Lustig-Fan? Also guckst du auch noch über den Teller ran? Wo hat er noch mitgespielt? Was hat er für Hörspiele gesprochen und so? Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich blühender Peter-Lustig-Fan gewesen. Bin es immer noch. Ich habe es seinerzeit mal verpasst. Es war irgendwas, kam mir urplötzlich dazwischen. Ganz kurz, ich komme ursprünglich aus dem Hochsauerlandkreis. Also sehr ländlich geprägt. Und irgendwo in der Nähe von Siegen war eine Ausstellung mit dem Bauwagen noch zu Peter-Lustig-S aktiven Zeiten. Da wollte ich dann auch hinfahren, aber irgendwas kam dazwischen. Und ich bin auch leidenschaftlicher Sucher im Internet auf verschiedenen Videoportalen. Peter hat ja erst nach seinem Karriereende bei Löwenzahn wirklich angefangen, auch mal in Sendungen zu gehen, über sein Leben zu sprechen. Und das sauge ich wirklich richtig auf. Ja, da gibt es ja einige Interviews von, ja, leicht, wie sagt man, im Boulevard-Business angehauchte Magazine. Da ist er dann sehr viel aufgetreten. Im Prinzip sind es aber doch immer, und da wirst du auch zustimmen, so die gleichen Geschichten, die er da erzählt hat. Ja, natürlich. Ich finde immer ein bisschen schade, weil natürlich kann man das nicht erwarten, dass die Moderatoren das dann so wissen, wenn er dann dabei volle Kanne sitzt oder auf dem roten Sofa bei der schrecklichen Bettina Tietchen, wo du dann denkst, ja, jetzt hat man einmal Peter Lustig, mach doch was draus. Ja, aber ich sage mal so als Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Sendung hieß. Ich glaube, sie hieß, was macht eigentlich Peter lustig? Da haben sie ihm, wo er da oben an der See gelebt hat, das war zum Beispiel so was, so habe ich ihn mir auch immer vorgestellt. Ja. Als Kind schon. Als Kind schon. Ist das da, wo er auf seinem Anwesen dann besucht wird? Genau, in dem Friesenhof hieß das. Ja, ja, das ist ein ganz berühmtes Gebäude. Auch interessant, dass so ein berühmter Mann, der eigentlich so zurückgezogen wird, wohnte immer und sich nie hat blicken lassen, dann in so einem berühmten Haus am Ende gewohnt hat, wo jeder einfach weiß, wo das ist. Das ist schon komisch. Respekt vor dem Alter, würde ich sagen. Ja. Wir kommen nicht umher, wir müssen irgendwann wieder zurück zur Pusteblume finden. Ja, ja, gut. Was Löwenzahn und Pusteblume verbindet, Peter hat für immer ein Buch parat. Ja, er hat immer für alles ein Buch und hat auch sofort die richtige Seite aufgeschlagen, wo er sofort sieht, was das für ein Tierchen ist und auch direkt, was es essen kann. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Zeigt er uns und versucht das dann auch entsprechend zu fördern. Also er möchte offensichtlich, also im Laufe der Folge war mir nicht ganz klar, will er jetzt für immer mit dem Tier wohnen oder will er das wirklich nochmal raussetzen. Aber sein Gedanke ist ja, es ein bisschen hochzupäppeln und es dann wieder draußen abzusetzen. Und dass er dieses Buch auf der richtigen Seite aufschlägt, das ist in der Tat ein Wunder, denn es ist kein Buch über Siebenschläfer. Es ist von bunter Kinderkosmo aus dem Kosmos Verlag. Tiere in Wald und Flur. Julian, wenn du möchtest, auf Amazon gebraucht für 6,42 Euro noch erhältlich, hat aber mittlerweile ein anderes Cover, als Peter das hat. Ja, ich bräuchte es mit einem alten Cover, dann würde ich da ein Autogramm von Peter Lustig drauf machen und das wieder zurück in den Kreislauf geben. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, es sei denn, du kannst ganz gut Urkundenfälschung betreiben. Und ich weiß nicht, ob das so einfach ist, einen freilebenden Siebenschläfer zu füttern mit Milch. Meine Frage wäre, was für Milch? Naja, er sagt später, dass er die Milch verdünnt. Also es ist dann normale Milch, die anscheinend mit Wasser aufgießt. Ja, aber schon eine normale Milch? Kuhmilch? Naja, ich glaube nicht, dass es zu dem Zeitpunkt die geilsten Hafertrinks aus dem Lidl gab. Ich denke mal, das wird Kuhmilch sein. Oatly, er hat Oatly geholt. Okay. Ja, möglicherweise ist das so. Also es ist super schwierig, hat er auch mal für lange Zeit so Hamster und so, und wenn die da irgendwie mal krank sind und man soll denen irgendwas geben, was sie dann essen oder trinken sollen, das ist gar nicht so einfach. Ah, jetzt kommt die berühmte Geschichte von Julian mit dem kranken Hamster, wo er sich überlegt, die Arztkosten sind dreifach so hoch wie ein neuer Hamster. Ja, mehr noch. Du hättest sieben Hamster gekriegt dafür, dass du, und dieser Hamster, der hatte nun legit nur noch einen Monat laut Wikipedia. Das ist schon ein Rechenbeispiel. Aber du hast es trotzdem gemacht. Ja, ich wurde genötigt von der Sprechstundenhilfe, die mich am Telefon wirklich ins Fegefeuer werfen wollte. Die hat gesagt, ja, sie haben Verantwortung übernommen für das kleine Wesen. Wo sind sie denn? Wieso sind sie noch an der Telefonleitung? Wieso stehen sie nicht hier schon vor mir im Wartezimmer? Also ich musste. Und das hat sich ja auch gelohnt dann noch für eine Woche. Also ich kann als leidig dazu stimmen. Wir haben hier zu Hause ein Zwergkaninchen. Und der hat ein Leben wie Gott in Frankreich. Allerdings überzüchtet und dementsprechend wachsen bei dem die Zähne wie das Gewitter. Das bedeutet für uns, alle drei Wochen mit dem zum Tierarzt Zähne kürzen. Erstens nicht günstig. Zweitens habe ich selber eine Kaninchenallergie. Sprich, ich kann nicht fahren. Ich muss dann meine Frau da hinschicken. Wieso habt ihr das Kaninchen? Ja, zur Krönung. Nein, kannst du ruhig fragen, warum. Wir haben ein Kaninchen, wo meine Frau und ich, wo wir uns damals kennengelernt haben, da war sie viel zu Hause. Und ich eben auf Arbeit. Und ja, sie war einfach alleine. Und ich wusste ganz genau, sie hatte schon mal Kaninchen. Und ich so, wir haben draußen Platz. Wenn das draußen ist, macht mir das nichts aus. Und so sind wir zu dem Kaninchen gekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, alle drei Wochen zum Tierarzt. Sie kann nur fahren. Ich muss hier zu Hause bleiben. Wir haben zwei acht Monate alte Babys. Mit denen muss ich mich dann alleine rumschlagen. Also das ist schon echt eine freaky Nummer. Aber man macht es halt. Man hat das Tier ja auch gerne. Ja, und im Maximalfall 14 Jahre lang hat man das gerne, habe ich gerade nachgegoogelt. Du machst mir Mut. Gut, es gibt ja noch andere Tiere, wie zum Beispiel Tiere, die sich selbst allein großziehen müssen. Nicht von der Mutter. Und da ist das beste Beispiel wohl Frösche. Ja, offensichtlich. Also als Peter das angekündigt hat, jetzt zeige ich euch mal Tiere, die alleine, wo sich die Eltern überhaupt nicht drum scheren, da war ich auch am überlegen, was fällt mir da ein. Und da war ich so bei Bienen und so bei ganz kleinen Insektentieren. Also das muss dann ja in dem Bereich irgendwie stattfinden. Und Kaulquappen sind natürlich wirklich kleine Tiere. Kann ja die Kröte gar nicht leisten. Die sind ja so viele und so klein. Das ist sehr scheißegal. Der schönste Satz, wie der Einspieler erinnert ist, und die Mutter weiß nichts davon. Wo ich mir denke, ja, das gibt es auch im menschlichen Bereich manchmal. Also so selten ist das gar nicht. Ja, aber diese klitzekleine Minifrost, also so diese Kaulquappen, die sind ja auch so kleine Spermien und so, das kann man nicht so richtig als Lebewesen bezeichnen. Aber diese klitzekleine Minifrost, der da am Ende dann hochspringt, das ist schon irgendwie niedlich. Also jeder, der mal so in einem botanischen Garten war, zu der Zeit, an dem Kaulquappen so im Entwicklungsstadium sind, weiß auch, wie viele das sind. Wie unglaublich viele. Und wenn du dann zu der Zeit, an dem sie geschlüpft sind und klein sind, da durchgehst und weißt, du kannst gar nicht über den Asphalt oder über die Brücke oder wo auch immer, die gerade hausen, gehen, weil das einfach so viele sind, du trittst mindestens auf drei. Ja, na klar, das ist dann Schwund. Aber es müsste eigentlich, bei der Masse müsste ja die ganze Welt voller Kröten sein. Ist sie vielleicht auch? Ich glaube es, ja. Also vielleicht sterben die aber auch einfach recht schnell. Ich weiß aber auf jeden Fall in der Zeit, ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, in der sie schlüpfen und es dann auch diese gebrühmte Krötenwanderung gibt, dass eine Straße, die zu meinem damaligen Wohnung führte, voll davon war und teilweise auch gesperrt war. Und es einfach völlig unmöglich war, für mich in der Zeit nach Hause zu kommen. Und das ist echt, ja, eine kleine Plage gewesen. Der Oberbürgermeister von Hamm muss morgen auch wieder einen neuen Krötentunnel eröffnen. Das ist nun mal so. Ich hatte als Kind immer Angst vor Fröschen, wobei Frösche ja an sich niedlich sind und da gibt es alles Mögliche. Jetzt können wir natürlich draußen fragen, welche berühmten Fernsehfrösche kennt ihr? Bitte nicht. Mir fällt jetzt nur Kermit ein. Froschkönig. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, Julian, dass du auf Kermit kommst. Ja, aber es gab noch einen anderen. Kermit hatte auch noch einen Neffen, der war bei den Fraggles Weihnachtsfilmen dabei. Wie hieß der denn noch? Kermit hatte auch noch einen kleinen Neffen. Aber ansonsten bin ich da, bin ich da Fernsehfröschen mäßig. Gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Aber wir werden berechtigt belehrt werden später. Naja, sonst fragen wir nach den Fernseh-Sieben-Schläfer. Da fällt dann gar niemand was an. Nee, das stimmt. Kennt ihr den Mondbär? Nein. Nee. Der Mondbär, das ist eine Kinderserie, also wirklich für kleine Kinder. Und da ist definitiv auch ein Frosch mit dabei. Aber ich glaube, der heißt auch nur Frosch. Der hat gar keinen Namen. Den konnten sie sich nicht leisten. Ich weiß es nicht. Aber der Mondbär, das ist eine sehr, sehr pädagogisch sinnvolle Kinderserie. Ich bin gerade so ruhig, weil ich auch noch überlege, ob ich ein Frosch kenne aus dem Zeichentreck-Business. Also im Puppenbereich gibt es keine weiteren Frösche. Hoffe ich mal. Aber vielleicht ist das auch falsch. Aber ich kenne keine. Naja. Sancho und Pancho. Na, kenne ich nicht so richtig. Sancho und Pancho. Sind das Frösche? Das sind doch Frösche. Okay. Tja, da fehlt mir wie immer auch jetzt die Disney-Erfahrung da drin. Da kommen jetzt wahrscheinlich einige Filme noch raus, aber da bin ich raus. Vielleicht in so Filmen, die da heißen hier, Wolkig und Fleischbällchen oder sowas. Alter, das ist Wolkig. Da kommt ein Frösche vom Himmel. Da kommt ein Frösche vom Himmel. Ja, wer weiß, genau. Aber ja, Froschkönig ist natürlich richtig. Ja, zurück zu Peter. Peter, der erwähnt jetzt hier nebenbei, dass der kleine Siebenschläfer ein bisschen größer geworden ist. Das fällt mir jetzt gar nicht so auf. Also, hier wird einem vorgegaukelt, dass der irgendwie hier rechts und gedeiht. Sehr viel Zeit vergangen ist, ja. Und wir jetzt den nächsten Käfig. Also, wir haben so eine Evolution an Käfigen. Ja. Aber jetzt sind wir in dem nächsten. Und dort kann er jetzt schon alleine trinken und auch schon Nüsse essen. Und Himbeeren. Aber größer geworden ist der, glaube ich, wirklich noch nicht so wirklich. Und Peter macht das auch sehr clever. Einen Tag, nachdem er sich hoch verschuldet hat für den größten Käfig, lässt er ihn nachher frei. Also, das ist natürlich auch gut. Zurückgeben, weil das ist dann noch im Rückgaberecht, glaube ich. Ach so, stimmt, ja. Ich habe eine Frage. Du sagtest ja am Anfang, sieben Schläfer kann man tatsächlich als Haustier halten. Wie ist denn das jetzt? Das habe ich so nachgegoogelt. Habe ich dann also nur vier Monate was von dem Tier? Wenn das ja acht Monate schläft? Ja. Du kannst das allerdings aufstückeln. Also, man kann ihn jetzt alle drei Tage für ein paar Stunden wecken und den musst du dann nachher dann wieder ranrechnen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Doch. Das wäre doch großartig. Du hast, hast du ein Haustier? Ja, in sechs Monaten ist es wieder soweit. Oder wie? Na, du erwecken kannst ihn ja jederzeit. Das bleibt dir unbenommen. Ja, super. Nein, ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert. Man kann ihn in einem entsprechenden Terrarium halten, ja. Also, das ist ja, ich als Hamsterfreund kann dir sagen, der kommt auch mal am Tag raus, halt nicht so oft. Und so ist das, was man sieben Schläfer vielleicht auch, der kommt auch mal im Juli raus, halt nur einen halben Tag. Hast du immer auf Frettchen aufgepasst? Ne, Frettchen finde ich ganz unangenehm. Ja, so ist es nämlich auch, weil die stinken, die sind laut, die sind wahnsinnig anstrengend, aber die schlafen auch 20 Stunden. Das heißt, die sind nur vier Stunden anstrengend. Na, dann ist das gut. Aber die sind, also diese vier Stunden sind auch intensiv. Ja, aber dann ist ja dann quasi, wenn das so vier intensive Kackstunden sind, ja, sind ja die anderen 20 Stunden. Wortwörtlich, das stinkt überall, ja. Ja, und das noch dazu. Dann sind ja die anderen 20 Stunden plötzlich so der Himmel auf Erden. Ja, schon. Und im Vergleich dazu, dass normalerweise der ganze Tag so ein langweiliger Tag ist, hast du doch lieber 20 Stunden lang den Himmel auf Erden. Naja, aber wenn ich einen Siebenschläfer hätte, dann könnte ich über die Wintermonate, in denen man sowieso zu Hause ist, oder schläft er dann? Kann ich mir aussuchen, wann der acht Monate schläft. Das ist ja überhaupt, das ist ja der größte Witz. Peter sagt das so nebenbei und das war für mich dann, im Prinzip habe ich die ganze Zeit, wenn Peter das Wort Siebenschläfer gesagt hat, dann für mich so gedacht, nee, das ist ein Achtenschläfer. Ja. Ein Aidsleeper im Englischen. Nein, nein. Ich habe mir den auch nochmal genauer angeguckt, den Siebenschläfer, und zwar jetzt eben noch. Also er schläft bis zu acht Monaten. Und laut der Aussage der Nabut, was ich gelesen habe, haben wir zum Beispiel einen extrem milden Winter, wird diese Winterzeit deutlichst verkürzt. Da war jetzt keine Zeitangabe bei. Und dementsprechend gehe ich davon aus, wenn du den zu Hause hältst, entweder musst du da künstlich Winter machen, wenn du das nicht machst, hält dir nur einen ganz kurzen Winterschlaf und wird wahrscheinlich auch nicht mehr so alt. Wie alt wird er denn generell, wenn er jetzt immer schön schläft? Sieben Monate. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Siebenschläfer. Eine Periode lang. Lieblingsdorf. Er wird anderthalb Jahre. Und innerhalb dieser anderthalb Jahre schläft er einmal acht Monate. Neun Jahre, das heißt, ja, aber effektiv, also nur vier Monate von neun Jahren. Also viel hast du nicht davon. Vier mal neun, 36 Monate, drei Jahre ist er am Stück unter uns. Ja, okay. Das ist doch ein super Einsteigertier eigentlich. Naja, aber dafür, dass du dann neun Jahre was davon hast, ist das eigentlich nicht so. Naja, okay, dann bleiben wir bei Hamster. Weiß halt nicht, wie arbeitsintensiv die Zeit ist, wo er wach ist, ob er dann irgendwie große Ansprüche stellt. Julian, wir kommen zur Fütterung. Ja. Kommst du nicht vorwärts hier? Jetzt kommen wir zu den Schwalben. An Schwalben habe ich so Kindheitserinnerungen, weil wir hatten auch so ein Schwalbennest bei uns da unter dem Carport. und das war ganz niedlich, aber das ist halt auch dreckig und laut und es ist genau so. Und ab und zu fällt dann auch so eine kleine Schwalbe da mal raus. Ich weiß nicht, ob mein Vater die dann groß gezüchtet hat, wie sein eigenes Kind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Schwalbe ist dann irgendwie andersweitig weg gewesen. Aber das kenne ich auch. Das ist eine Urerinnerung an meine Kindheit. Störche hatte ich immer Angst vor, aber Störche sind auf dem Land, das wir bestätigen, gar nicht so selten. Da gibt es hier und da mal so einen Mann weiß, wo ein Storch ist, oder? Wir haben ja in der Folge von Fritz Fuchs mit Störchen gelernt, dass es richtige Störchen-Spione gibt, die wirklich die ganze Zeit das Ganze beobachten, aus einem Hochsetz heraus. Ich finde das eigentlich auch ein interessantes Leben, dass die immer so ein hohes Nest haben. Ja, aber was ist denn das auch für eine krasse Aufnahme hier aus so einem Schornstein? Freistehend, dieses Nest mit wie vielen Babys da? Das ist ja eine super Aufnahme. Das ist ja nicht mal gekünstelt. Ja, und das Nest ist gar nicht mal so gemütlich. Das ist eigentlich gar kein richtiges Nest. Naja, wenn von unten geheizt wird, dann wird es warm. Ach stimmt. Ach, meinst du, deswegen ist es auf dem Schornstein? So weit habe ich gar nicht gedacht. Stimmt. Gute Frage. So weit bin ich nicht. Hast du gut gemacht. Ich kam nicht vom Storch, auch wenn Mutti was anderes erzählt. Doch, du kamst der Klapperstorch, hatte ich gebracht. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Terrarium Nummer drei. Ja, und wir haben erst acht Minuten geschafft. Das ist jetzt auch so eine Art Aquarium-Terrarium. So hatte ich auch meine Hamster immer gehalten, in so einem großen Glaskasten. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal das Wort Nagarium hier eingeworfen. Das ist, glaube ich, der korrekte Begriff dafür. Für Nagertiere ein Terrarium, ja. Nagarium, da ist dem Deutschen aber auch nichts mehr eingefallen, als sie dir das Wort sich überlegt haben. Ja, vielleicht kommt das ja nicht aus dem Deutschen. Wenn es jetzt extra für Hamster konzipiert wäre, wäre es ein Hamsterrarium, oder was? Auf jeden Fall lässt Peter seinen Siegenschläfer wirklich nicht in Ruhe. Wann immer er uns was zeigen will, nimmt er den Siegenschläfer einfach rabiat da raus und so weiter, lässt ihn auf sich rumlaufen. Der kann eigentlich in jede Ecke mal reinschlüpfen. Und er tut ja auch nichts, wie wir gelernt haben, weil er das erbeißen kann, wird hier überhaupt nicht erwähnt. Es wird eher sein buschiger Schwanz einfach erwähnt. Und ich sage es auch so, wie es ist. Dieses Ding wird nicht größer, Peter, hat die ganze Zeit immer noch das Gleiche an, aber uns würden hier Monate vorgegaukelt. Also tut mir leid, wenn ich das schon gleich als Punkt abziehe. Aber das kann ja hinten und vorne alles nicht stimmen. Im Prinzip wird das Tier an einem Tag in fünf verschiedene Käfige gesetzt. Und am Ende ist er angeblich so weit, jetzt rauszugehen. Das sagen wir es doch so, wie es ist. Naja, gut. Und der größte Käfig ist so groß, dass Peter auch seinen Schreibtisch damit opfern muss und sagt, naja, ist egal, dafür geht es ja. Hat er nicht einen Namen gehabt, der Siebenschläfer? Minnewitt. Ach, weiß man nicht. Werden wir irgendwann im Quiz erfahren. Naja, genau. Am Ende hat Peter so einen riesengroßen Käfig da und dann darf der Siebenschläfer auch mal Nüsse essen. Das funktioniert nicht so richtig. Und dann wird ihm eine andere Nuss, die ein bisschen anders aussieht als alle anderen, gegeben. Und da kaut er einen anderen rum. Aber jetzt müssen wir ein bisschen stark sein, denn der Siebenschläfer ist jetzt die nächsten zehn Minuten völlig egal. Ja, und jetzt kommt etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Jetzt sehen wir nur noch ausschließlich Cat-Content. Und das ist, an sich wäre das jetzt ein Clip vom alten Sascha, der über die Grenze geschmuggelt werden möchte, würde ich sagen, okay, Folge minus drei in einer Unterhaltung. Aber jetzt kommen wir halt zehn Minuten Katzenbabys. Und als jemand, der hier gerade eine Katze auf dem Schoß hat, die sehr gut wärmt und schläft. Jetzt gerade? Jetzt gerade. Jetzt gerade hier und jetzt. Kann ich sagen, süß Julian, ganz viele kleine Minnewitz. Ja, die die Augen nicht öffnen, weil sie noch verklebt sind. Später machen sie die Augen auf, weil sie können schon trinken. Ich verstehe aber nicht, Michael, das musst du mir jetzt erklären. Jetzt bekommen wir ganz kurz die Raubtiere gezeigt, in Klammern Katzen. Und dann ist Peter ganz spontan auf einem Bauernhof, um dann doch noch mal auf die Katzen zu sprechen zu kommen. Habe ich das richtig verstanden? Meine Notizen sagen mir eigentlich was anderes. Sondern die Raubtiere hat er eigentlich schon vorher einmal erwähnt, meine ich. Genau, genau. Und dann bekommen wir aufgelöst, die Raubtiere sind Katzen. Und dann statt bei dem Einspieler zu bleiben, sind wir jetzt ganz spontan auf dem Bauernhof. Richtig. Um noch mal Katzen zu zeigen. Sehr kurios, sehr kurios. Gebe aber zu, ich habe da etwas gelernt, was eigentlich selbstverständlich ist, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass Raubtiere mehr lernen müssen als zum Beispiel Nagetiere. Klingt logisch, meine Bräute kann weglaufen. Aber ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht. Und das ist ja auch insofern interessant, weil sehr viele Tiere, die hier überzüchtet werden, also Katzen im Speziellen natürlich, von der Mutter sehr früh weggenommen werden, damit die bloß verkauft werden und keine Arbeit mehr machen. Und dann fehlt ja dieser komplette Lernprozess eigentlich. Richtig, richtig. Das ist im Prinzip dadurch ganz gut hier einmal zu zeigen, dass die Tiere am Anfang nicht nur, weil sie halt von der Muttermilch abhängig sind, sondern auch für den ganzen Lernprozess, nicht so früh bitte weggenommen werden. Ja. Naja, okay. So, jetzt, dieser Einspieler geht unfassbar lang, aber dadurch... Naja, man muss ja sagen, die Katze, die dort jetzt auf dem Bauernhof wohnt, die kennt Peter und er kennt auch sie. Und sie hat auch nichts dagegen, dass er ihr mal unauffällig gefolgt ist. Und zwar bis auf den Bauernhof, bis in die Scheune, bis in die letzte Ecke, oben in den Winkel und dann in die Luke mal geguckt hat. Da hatte die Katze nichts dagegen. Das hat Peter aus rechtlichen Gründen vorher herangeschickt, bevor er dann die Luke öffnet. Und diese beiden Babykatzen, die wir da sehen, im Gegensatz zum Siebenschläfer, werden die nun wirklich älter und wir begleiten sie mit einem ganzen Film. Und ich denke mal, dass dieser Film auch gute zwei bis drei Monate Aufnahmezeit benötigt haben wird. Insofern sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Bauernhof. Ja. Bevor ich mich jetzt in meiner Erinnerung täusche, einer von euch beiden sagt, der wäre auch auf dem Land groß geworden oder in einem Dorf? Dorf auf jeden Fall, ja. Wir beide. Wart ihr mal auf dem Bauernhof? Ja. Ja. Wir haben auch die Milch daher bezogen. Also ich bin auch öfters auf Bauernhöfen gewesen und da, wo Peter rumkraxelt, um diese Katze zu finden und ihre Babys. Ja. Das ist aber arbeits- oder sagen wir es mal gesundheitstechnisch mehr als fragwürdig. Ja. Mehr als fragwürdig. Also, dass die auch da oben in der Scheune irgendwo unter einem Heuballen sich verstecken, das konnte ja doch keiner wissen. Also, er muss über einen Traktor auf eine zweite Erde, die aber nicht für Menschen geeignet ist, irgendwie so einen Strohball wegziehen und darunter sind die Katzen. Doch, doch, das ist Strafbieter, so kennen wir ihn. Also, ich hatte echt so bei den Dreharbeiten nicht so ein falscher Schritt und dann war es das. Das ist sowieso gefährlich. Also, ich hatte auch mehrere Freunde, die auf dem Bauernhof gewohnt haben und wenn da mal so Kindergeburtstag war. Ah, in der Scheune und alles. Ja, in der Heuscheune. Ja. Und die Heuscheune, die hat immer so Löcher im Boden, wo man halt das Heu dann runterwerfen kann in den Stall und ich bin mehrfach wirklich fast da runtergeglitten, weil man springt dann oben so rum und denkt gar nicht daran, dass da überall Löcher sind. Ja, das stimmt wirklich. Das kann ich bestätigen. Es ist nie was passiert, aber gefährlich war schon immer. Ja, auch aufs Dach klettern und alles. Was hat man hier alles gemacht? Oh Gott, was bin ich auch auf Bäume geklettert. Wahnsinn, Wahnsinn. Früher, da sind wir noch auf Bäume geklettert, Julian. Da war nicht mehr mit hier Löwenzahn gucken. Und als ich dann Löwenzahn hatte, unglaublich viel mal, also wirklich, also das ist ein großes Glück, dass da nie was passiert ist. Das ist wirklich so, ja. Da bin ich jetzt viel ängstlicher und auch viel ungeschickter. Insofern verstehe ich die Frage nicht, Michael. Das ist doch alles korrekt, was Peter da macht. Das haben wir doch auch alle gesehen. Das sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Viele verschiedene Verhaltensweisen von kleinen Katzenbabys. Erstmal sind die natürlich vorsichtig, trauen sich nicht so richtig runterzuhüpfen und machen es dann doch und müssen auch das Randpirschen ein bisschen üben. Und ich dachte, gleich wird hier eine Maus verspeist. Nein. Nein, die müssen wir natürlich erst mal zurückbringen. Und wie sagt Peter, die muss noch mal weglaufen. Jetzt müssen die Kinder lernen, sie zu fangen. Für die Maus ist das hier auf jeden Fall ein ganz, ganz anstrengender Film. Stress. Stress pur, die Arme. Ich hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn sie die Maus auch essen. Oder ich weiß aber gar nicht, tun das jetzt Katzen? Essen die Mäuse oder bringen sie die nur vorbei? Also es gibt so und so, nur an der Maus ist nicht so viel dran. Also so eine richtige Raubtierkatze tötet auch gerne Hühner und frisst die dann auf. so Mäuse. Also wenn du jetzt eine Freigängerkatze hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch schon mal erlebt, dass die Maus am Stück aber tot dir vor die Tür gelegt wird. Als, hey, guck mal, was ich geschafft habe. Richtig. Ja. Insofern kann man, machen sie aber wahrscheinlich meist gar nicht. Also ich kenne das eben von unseren Bauernhöfen. Wenn die Katzen, die kriegten ihre Milch beziehungsweise Wasser dahingestellt, aber sonst war das ihr Job, die Katzen, äh, die Mäuse zu jagen und dementsprechend wurden die dann auch verspeist von den Katzen. So kenne ich das. Meine Frage war jetzt eher, wo ich das in Anspieler sah, speziell mit der Maus, sind in den letzten Jahren die Mäuse schlauer geworden oder weil diese Maus war ja nur mehr als doof. Also da möchte ich mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ist ja selbst schuld, ist ja hohl. Ich nenne es immer die sogenannten Dorffliegen. Wenn du, wenn du fliegen in der Stadt, so ganz normale Alltagsfliegen, ja, generell in der Stadt sehr, sehr selten. Also wenn ich hier im Sommer die Tür offen habe, mal eine Fliege zu erwischen, unglaublich selten. Und die dann auch noch zu fangen, gar nicht möglich. Aber im Dorf, teilweise denke ich mir, möchtest du nicht direkt auf meiner Hand landen und ich klatsche zu? Die sind so langsam. Habt ihr das schon mal mitbekommen irgendwie? Oder hab ich einfach nur dieses Phänomen mitbekommen? Diesen Vergleich hab ich nicht mehr so richtig. Was mir aber tatsächlich auffällt ist, und das ist ein großer Unterschied zum Landleben, dass du hier keinerlei irgendwie Netze oder so brauchst, weil es gibt einfach keine fliegenden Insekten in der Stadt. Das finde ich einen riesen Vorteil, wenn du Stadtleben. Du kannst auch abends im Sommer bei Hitze draußen das Fenster aufhaben und drinnen Licht anhaben und du hast trotzdem drinnen ein insektenfreies Leben. Das können sich Leute auf dem Dorf gar nicht vorstellen. Das finde ich auch interessant. Aber dass die langsamer und träger sind, das ist mir nicht bekannt. Das gebe ich dann mal nach draußen in den Raum, weil dann würde das ja mit den Mäusen vielleicht ähnlich sein, dass die auf dem Bauernhof, vielleicht ist das deren Bestimmung. Vielleicht denken sie, ich bin ein Nutztier, ich muss gejagt werden. Ich weiß es nicht. Also ich dachte, im Einspieler sah es wirklich echt erschreckend aus, wie leichtsinnig diese Maus mit ihrem Leben umgegangen ist. Ja, eben. Vor allem, sie wurde gerade noch gefangen und schon sitzt sie neben der nächsten Katze und prustelt. Guck mal, was passiert heute. Wenn sie dann aber von der kleinen schwarzen Katze erwischt wurde, die lässt sie nicht so einfach frei. Die, ich glaube, dann blendet zwar ein Spiel aus. Die Katzen haben das ja auch irgendwie raus, sie so zu greifen, dass es jetzt nicht, also sie packen sie ja so, dass sie auch wirklich danach wieder weiterlaufen kann. Und das werde ich auch bei den Störchen nicht verstehen, wo die Fische geschluckt wurden. Also die Fische sind doch nicht tot. Die werden gedreht. Die werden gedreht, aber die sind doch noch nicht tot. Die sind doch nur betäubt. Und dann schlucken die dem Ganzen runter. Müsstest du dann nicht irgendwann wie so ein Handy, dass du verschluckt hast, den Bauch so vibrieren und zappeln? Ja, das ist sowieso ganz komisch. Also da sind, da sind Tiermägen und sowas, sowas, so was Verarbeitung angeht, ja auch ganz anders gestrickt. Okay. Wenn wir eine Gräte zu viel haben, ist es schon vorbei. Und im Fell könnten wir schon gar nicht runterschlucken. Und da fragt man eine Schlange, wie die das löst. Wenn der Julian wieder eine Gräte im Lachs gefunden hat, muss er direkt ins Krankenhaus und die Störche schluckten dann so ein ganzes Stück. Ich wurde operiert. Ich weiß. 2016, das war der schlimme Februar 2016. Und da habe ich gesagt, nie wieder streben Lachs vom Lidl. Habe ich seitdem wieder ein paar Mal gegessen. Sehr gut. Das schmeckt auch gut. Käfig Nummer vier. Ach so, stimmt. Das ist ja noch gar nicht der letzte. Jetzt kommt nämlich noch der ganz, 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 ganz gute Tragekäfig. Also der Acht-Schläfer hat jetzt eine Sekunde in dem großen Terrarium gesessen, in dem Riesenkasten. Und jetzt kommt er in den Tragekasten, der extra dafür gebaut wurde, damit er ganz kurz nach draußen gebracht wird. Ja, und jetzt ist alles vorbei. Jetzt wird er freigelassen. Die ganze Arbeit war nur für den Acht-Schläfer. Und das ist ein Zyklus, der sich anscheinend bei Peter wiederholt. Der zieht die groß und lässt sie dann in die Natur frei. Und was aus denen wird, ist dann auch egal. Das kriegt man nicht mehr mit. Das ist dann, dann ist er plötzlich auf sich alleine gestellt. Und wenn dann so eine niedliche Katze kommt, eine Sekunde später, dann ist das eben so in der Natur. Und da können wir Menschen auch nichts dran ändern. Ich hatte mal, ein Arbeitskollege hat mir erzählt, dass eine Freundin, die ist so eine, so eine ganz starke Veganerin, nicht so militant wie andere, aber schon sehr krass. Und die fordert eigentlich ein, dass man dafür sorgt, dass die Menschheit dafür sorgt, dass alle Tiere, alle Tiere, auch wilde Tiere, vegan leben. Oh, das finde ich gar nicht gut. Ja. Erstmal ist das nicht umzusetzen und das ist auch einfach falsch. Aber da, solche Menschen hat er dann in seinem Freundeskreis und muss sich dann damit rumschlagen, während er morgens noch eine Beefy gegessen hat. Ob das richtig ist, ist eine andere Sache. Aber es gibt da halt so extreme Varianten und hier könnte das halt sein. Peter gibt sie wieder in den Kreislauf, diese Tiere, und die könnten morgen schon sterben. Ja, das ist genau so. Aber das, was du da erzählst, ich kriege ja manchmal auch irgendwelche Kurzvideos vorgeschlagen von Veganern, die meinten, dass Karnivoren, wie meine beiden Kätzchen hier, ja auch ohne Verluste vegan hochgepäppelt werden könnten. Und dann fangen sie an und daran merkst du halt, wie unseriös es ist, schon in irgendwelche esoterischen Richtungen zu denken. Und dann denke ich mir, okay, gut, dann soll diese Katzen wohl nicht lange leben bei dir. Ich finde es ganz furchtbar. Ich mag das überhaupt nicht. Es gibt ja auch nicht umsonst viele Leute, die vegetarisch oder vegan leben, aber ihren Tieren trotzdem Fleisch geben. Ja. Das ist ja gar nicht selten. Korrekt. Weil es sind halt Karnivoren und alles andere, was vegan großgezogen wird, ist jetzt eine ganz böse These, ist vielleicht auch einfach überzüchtet. Ja, das sehe ich genauso. Also, ich sage mal, jeder soll so essen, wie er gerne möchte. Ob vegan, vegetarisch, da gibt es ja noch mehrere Unterscheidungen. Julian, weißt du, was Farin Urlaub ist? Weil der ist kein Vegetarier. Ist der Flexitarier? Der ist auch kein Veganer. Nee, der isst irgendwie, Fisch isst er dann wieder. Ach so, das war's. Da gibt es wieder noch so eine Abstufung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, in meinen Augen, da soll jeder essen, was er gerne möchte. Aber wenn du einem frei laufenden Löwen mal erklären willst, dass er sich jetzt vom Brokkoli ernähren soll, viel Spaß. Ja, liebe Hörer, Michael und ich haben im Vorfeld festgestellt, dass wir beide uralte Ärzte-Fans sind. Und das ist wirklich so. Ich war auf so vielen Ärztekonzerten. Ich habe auch das Farin Urlaub Racing Team und Bela B. Ich fand sogar seine Solo-Single-Schallplatten damals ganz gut. 2006 war, glaube ich, 2005. Bingo, das habe ich auch abgefeiert. Da gab es eine Riesen-Konzert-Reihe, da war ich mehrfach dabei. Also die Ärzte sind so meine Sauf-Jugend im Grunde genommen. Und noch heute höre ich eigentlich jede Woche irgendwelche Ärzte-Sachen. Sogar auch die neuen Dinge, aber da wähle ich deutlich mehr aus. Ist das bei dir auch so? Oder wo machst du die, was ist so deine Lieblingszeit? 90er und 2000er ist so meine Ärzte-Zeit. Nein, also ich muss in der Evita so ein bisschen zurückgehen. Das muss so um 1988 gewesen sein. Wo gemerkt, da war ich sechs. Ja eben, das habe ich alles mir nachträglich erschlossen. Sani und Incredible Hagen und diese ganzen, ich finde die Songs auch alle gut, aber das habe ich echt viel später kennengelernt als Geräusch zum Beispiel. Nein, also ich habe wirklich 1988 und das ist ein wirklich, das bricht sich bei mir ein und das geht auch nicht mehr weg. Da saß ich im Auto, ich saß hinten, meine Schwester saß vorne mit ihrem Freund und auf einmal machte das Radio an oder eine Kassette, das kann beides sein und da lief das, der Song von den Ärzten Feminin, bekannt als Schwanz ab. Und da steht meine Schwester, meine Schwester wie von Sinnen aus dem Auto, rannte nach hinten und hielt mir die Ohren zu. Ach krass. Wirklich so. Und dann ging mir das nicht mehr so wirklich aus dem Kopf. Ja und dann bin ich so, ja logischerweise älter geworden. Das war ja zu der Zeit 88, kurz danach trennten sich ja die Ärzte. Ja genau. Und dann hörte ich aber relativ zügig 1993 Schrei nach Liebe. Ja. Ich wusste beim besten Willen nicht, über was die da singen. Ja, wusste ich auch nicht. Worum es da geht, das gebe ich auch zu. Aber wenn das Wort Arschloch denn vorkommt, dann kann das Lied ja so schlecht nicht sein. Ja. Und seitdem habe ich das alles aufgesogen und ich bin auch noch, bin auch noch wirklich alte Schule. Also ich habe Schallplatten, nicht alle, aber ich habe CDs und ich kann sagen, ich habe wirklich von der Gründung 1982, logischerweise die CDs nachgepresst, aber alle offiziellen Ärzte-CDs hier in meiner Vita und wenn ich dann darf, von meiner Frau aus, höre ich die auch ab und zu noch. Und dann letzte Nerdfrage, jetzt der Eftern ist auch vorbei. Wie schießt du denn zum Le Frisur-Album? Ist du dafür oder dagegen? Das ist ja immer so ein bisschen ein Thema. Nein, ich bin bei dem Le Frisur-Album bin ich ärztlich. Im wahrsten Sinne des Wortes, ärztlich. Natürlich ist das jetzt nicht das Album, was ich mir gerne anhöre, dass ich sage, das ist jetzt das Album, was ich rauf und runter hören kann. Aber einzelne Songs schon, ne? Einzelne Songs sowieso. Und wenn man sich die Vita dahinter überlegt, Planet Punk ist 1995 erschienen und ganze zwei Songs packen es aus welchen Gründen auch immer nicht aufs Album. Und für B-Seiten war es ihnen zu schade. Und dann stellt, also ein Song von Farin, ein Song von Bela. Und dann stellen die beiden fest, äh, ist ja ulkig. Beide Lieder handeln über Haare. Ey, komm, da machen wir noch so eine nach Planet Punk gab es ja nur, von Planet Punk gab es ja nur zwei Singles. Dann schieben wir noch so eine EP mit vier, fünf Songs hinterher und die gehen alle über Haare. Und dann kommen eben die Ärzte und ballern da innerhalb von, glaube ich, 14 Tagen äh, 17 Songs über Haare raus. Ja, das ist, ist erstaunlich. Wobei B-Seiten, wenn du das ansprichst, ist auch interessant. Ich fand die B-Seiten teilweise immer auch extremst gut. Also von allen möglichen hat es sich immer gelohnt, sich auch noch zu gucken, wie sieht denn da die Single-Veröffentlichung aus und da sind immer noch Lieder drauf. Auf jeden Fall. Also ich habe ja in meiner Jugendzeit auch andere, äh, Lieder gehört, beziehungsweise Maxi-CDs, die waren, äh, erschwinglich, aber dann kaufst du dir eine Maxi-CD und dann ist das Lied drauf, dann das Lied als New Max und Lang Max und, und die Ärzte, die packen dann einfach noch Lieder drauf. Ja, die haben es halt nicht aufs Album gepackt. Und, äh, da sind echte geile Stücke bei, wo man sagen würde, warum sind die nicht auf dem Album? Ja, also wer jetzt damit gar nichts anfangen kann, dem empfehle ich. Mein Lieblingsalbum ist immer All-Time-Favorite 13. Da kenne ich alles auswendig, das finde ich, da kann man gut mit einsteigen. Wahrscheinlich, ähm, mit allen anderen auch, aber das ist, äh, ja, also ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass... Jetzt musst du im Moment mal, Julian, jetzt ganz kurz, jetzt sei doch bitte so ehrlich. Du kannst doch nicht jetzt einfach 13 rausrufen. Doch. Sondern dann musst du sagen, ihr müsst 13 am besten als Hardware wirklich noch als CD das erste Lied dran machen und dann in den Minus-Bereich gehen. Weil da noch ein Song versteckt ist. Solche Spielereien liebe ich ja sowieso. Das ist, ähm, da gab es schon Easter Eggs, da wurde das noch gar nicht so genannt. Also das ist nochmal, 13 fängt nicht mit Punk ist an, sondern mit Lady. Das gab es übrigens CF, um dich wieder abzuholen, bei dem, ähm, Soundtrack zu Kein Pardon mit Harpe Kerkeling, gab es das auch. Da gab es einen Song, der hieß, auf dieser Platte fehlt ein Lied und den musstest du suchen. Das ist auch ganz komisch. Und das ist, äh, sowas habe ich immer, immer toll gefunden. Und das Zurückspulen sowieso. Das habe ich aber auch ewig nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich habe mir währenddessen den Hundeinspieler angeguckt, sorry. Ja, interessant ist auch, dass die Ärzte, ähm, was war das noch, 2006 gab es das Konzert, das Silvesterkonzert in Köln, da war ich auch schon dabei. Und da haben sie verkündet, dass sie ein neues Album rausbringen. Das war dann Jazz ist anders. Und das war schon die Zeit, wo wir alle Angst hatten, dass sie sich bald auflösen. Und sie gibt es bis heute. Also krass, auf jeden Fall. es wird immer ein Damaklos Schwert bleiben. Ja. Die Ärzte, ähm, wir müssen uns das Alter angucken. Klopf auf Holz, die haben 20 Jahre mehr auf dem Buckel als du und ich. Ja. Äh, CF, du hast noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber ich denke, sie sind irgendwo doch deutsches Kulturgut in der Musikbranche, haben uns, äh, unvergleichliche Songs gebracht. Und ich kann jedem mal empfehlen, über den Schatten zu springen und zu sagen, nein, die Ärzte sind nicht, nicht nur die kleinen Spaß-Punker. Äh, das stimmt. Ja, das ist, das glaube ich, da habe ich dir darauf an, wen du fragst. Also, wer sich da nicht richtig mit beschäftigt, kann durchaus sagen, das ist alles nur Blödsinn-Musik. Andere werden wahrscheinlich sagen, das ist laute Punk-Musik. Ich fand immer dieses, dieses Ironische und das ist eben diesen kompletten Gegensatz zu den Toten Hosen, die halt wirklich wenig Ironie und Spaß drin hatten, sondern aber dafür auch gute Lieder gehabt haben. Aber die Ärzte waren halt immer so, so der kleine, der kleine Augenzwinkerer-Bruder dieser ganzen Bands damals. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch vor allen Dingen, dass sie bei Konzerten viele Lieder umgetextet haben und auch spontan und so weiter und das, sowas fand ich immer so. Ich habe auch diese ganzen Bootlegs zum Beispiel, alle runtergeladen damals und alle, alle mehrfach rauf und runter gehört. Ich habe irgendwie gerade im Hintergrund einen Seufzen gehört. CF, hast du das? Nee, das war der Siebenschläfer. Ja, okay. Ja, im Prinzip haben wir euch jetzt, liebe Hörerschaft da draußen, einen großen Gefallen getan. Wir hätten nämlich alternativ, anstatt hier ein bisschen die deutsche Musikgeschichte auseinander zu nehmen, es gibt nur einen Gott, hätten wir auch über eine Geschichte sprechen können, die Peter uns jetzt erzählen wollte. Da ging es nämlich um ein Huhn, das eine Geschichte komplett ohne Spannungsbogen, ohne jegliche Dramaturgie und auch ohne jeglichen Realismus, ein Huhn, das von der Legebatterie rausgebracht wird in ein schönes Leben und sogar noch einen Mann an die Seite gestellt bekommt. Und im Prinzip wäre das die gleiche Länge gewesen, denn wir haben noch acht Minuten der Folge zu schauen und sieben Minuten nimmt allein dieser, naja, besser gesagt, diese Bildergeschichte ein. Das ist ja noch nicht mal schön anzusehen, wie Julian aber sagt, wenn es schön animiert ist, ist es nochmal was anderes, als wenn wir einen Comicstrip serviert bekommen. Das geht da noch, genau, ja. Hier sieht man sogar die Autoren am Ende noch eingeblendet. Lemke Pricken hatte ich ja kurz nachgegoogelt, die offensichtlich sowieso viele Kinderbücher dieser Art geschrieben hat. Nun haben sie sich ausgerechnet die langweiligste Geschichte rausgesucht, die weder auf dem Siebenschläfer noch mit Tierbabys zu tun hat. Naja, ja, ja, in der Tat, Thema verfehlt, wie so häufig bei der Bildergeschichte, aber die langweiligste nicht unbedingt. Sie hat ja auch viel mit Lerneffekt zu tun, denn im Prinzip gab es ja früher auch die Käfighaltung noch, ist ja nicht so lange her, dass sie abgeschafft wurde und das Leben eines Huhnes damit serviert bekommen. Und wenn man jetzt im Hintergrund analysiert, könnte man auch sagen, es wird im Prinzip von Käfig, Boden bis freie Land und Biohaltung alles damit erklärt. Das Leben eines Huhnes. Oder die verschiedenen Lebensarten eines Huhnes. Habe ich zu viel darin interpretiert oder was soll das jetzt heißen? Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, also es ist, ja, es ist sehr langweilig. Ist ja gut, entschuldige. Aber du hast recht, das kann man damit mit... Nee, ist okay, ich höre wieder Bauermomsen. Alles gut. Also ich... Besser, jawohl. Okay, Entschuldigung. Ich kann nur dich noch mit... Ich kann nur dich noch mit einwerfen, also die ganze Geschichte heißt eigentlich ein schönes Leben für die kleinen Henne. Die Marie-Louise... Hast du ein langweiliger Titel. Die Marie-Louise, die du gerade beschrieben hast, die lebt anscheinend noch, 86 Jahre alt. Und die hat meiner Recherche nach nur die Bilder gemacht und eine gewisse Barthus Höppner war die Autorin. Erschien 1974, 1982 gab es eine Neuauflage mit einem gewissen Herrn Hemme. Ja, das wollten wir auch noch sagen. Ich habe mich gerade verlesen. Thielmann, Entschuldigung. Ja, das wollten wir auch noch alles sagen. Also wir brauchen dich auf jeden Fall jetzt immer in der Leitung, damit du die Bildergeschichtenbesprechung übernimmst oder auch so ein bisschen Hintergrundrecherche machst. Genau, wir haben jetzt so ein ganzes Team im Hintergrund. Eines, das die Funfacts beurteilt, einer, der so ein bisschen Allgemeinwissen hat, wenn wir so komische Fragen stellen wie, und dann hat man nur vier Monate was von dem Tier und andere, die dann die Bildergeschichte erklären. Ja genau, wir haben jetzt immer mehrere Leute und die sind halt gemutet dabei, aber die kann man immer da sagen, ja jetzt Michael, einmal kurz am Muten, wie war das jetzt mit der Bildergeschichte? Wer hat die jetzt genau geschrieben? Achso, Marie-Louise, hier steht Lemke. Ja, die heißt aber so weiter komplett Lemke, Marie-Louise Lemke. Achso, ich habe den ganzen Vornamen, oh Gott. Nein, Gott bewahre. Ich sage ganz ehrlich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das jetzt hier großartig zu googeln, wenn mir der kleine Maulwurf, der am Schluss eingeblendet wurde, nicht halbwegs so vorkam wie der aus der Sendung mit der Maus. Stimmt. Er ist es glaube ich nicht, also meine Frau sagt gestern kategorisch, nein, das ist er nicht. Ich sage, er hat gewisse Ähnlichkeit. Ja, er sieht wirklich so aus. Ach, das stimmt schon. Da ist die Illustration nicht so weit entfernt. Aber was jetzt entfernt ist, ist nämlich die Folge, denn sie ist zu Ende. Ja. Mit einem schönen, klassischen nun mach doch mal den Fernseher aus. Nun komm, nur ist aber auch mal gut. Also so streckt doch die letzte Minute. Hätten wir doch noch mehr Huhneinspieler haben können. Was soll denn das jetzt hier? Pusteblume. Und damit bewerten wir die Folge. Michael ist natürlich mit eingeladen, die Folge mit zu bewerten. Wir haben dafür drei Kategorien. Los geht's. Hier. Lerneffekt Also, ich würde das mal anfangen mit einer Juten Acht. Der Siebenschläfer kommt vielleicht schon ein bisschen zu kurz, möchte ich sagen. Da gibt's bestimmt noch einiges über ihn zu sagen. Die anderen Tiere dafür ausführlich, aber irgendwie auch doch nur drei Tierarten. Also, von beiden Titeln ist nicht viel, also schon viel, aber nicht allzu viel geholt. Bei dem Siebenschläfer fehlt ein bisschen Siebenschläfer und wie kleine Tiere groß werden, fehlen noch ein paar Tiere. Ein paar kleine Tiere. Ja, da gehe ich sogar auf eine Sieben. Ich finde, das ist noch alles arg an der Oberfläche gekratzt. Also, doch ein bisschen zu viel, einfach nur Tiere abgefilmt. Also, das mit den Katzen war einfach deutlich zu lang. Aber süß. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, so eine Folge wie diese unterscheidet sich in meinen Augen extremst von anderen Folgen, selbst von Pusteblume. Und ich bin hier gedanklich eher bei Sendung mit der Maus. Ja. Weil eine Handlung findet nicht wirklich statt. Nee, das ist richtig. Normalerweise hätte Herr Paschulke wahrscheinlich den Siebenschläfer gefunden oder die wären zum Tierarzt gegangen mit ihm. Hätte ihn noch essen wollen. Herr Paschulke, ja, definitiv. Nein, nichtsdestotrotz gebe ich wirklich eine wohlwollende Acht, weil ich einfach auch wirklich viel über Tierbabys, auch wenn es nur drei verschiedene waren, gelernt habe und was mir einfach nicht wirklich so bewusst war. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann machen wir doch direkt weiter. Realismus. Ja, nicht viel abzuziehen, außer dass Peter drei Monate lang so tut, als hätte er. Genau. Also kann man auf so eine Sieben gehen. Boah, das ziehe ich nicht drei Punkte ab, jetzt ziehe ich einen Punkt ab, das sind neun. Das ging alles viel zu schnell. Er hat die mit nach Hause genommen, der war so handzahm, lässt sich da komplett füttern. Fehlt nur, dass er auch noch Miete überweist für den Tag. Nee, also ich bleibe bei einer sieben. Okay, ich bleibe bei einer neun. Ich nehme bewusst die goldene Mitte von acht. Ja. Sehr gut. Weil ich gebe euch recht oder speziell CF jetzt recht, ja, mit den Zeitsprüngen und ich frage mich diese ganzen Naga, wie hieß das jetzt noch der Fachbegriff? Kein Aquarium, logischerweise. Das ist ein Nagarium. Ein Nagarium? Ja, die kosten doch auch Geld. Ja, hat er ja geliehen, hat er gesagt, von einem Kollegen. alle? Ja, er sprach jetzt nur von dem großen Teil. okay, so habe ich das nämlich auch verstanden und von daher, ich gehe da auf eine wohlwollende Art. Okay, okay, auch da sind wir uns glaube ich alle einig. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es hier rein um Sendung mit der Maus geht, wie steht es denn da bei der Unterhaltung? Lass mal den Gast an. Ja, denn der hat sich ja die Folge gewünscht. Das ist ja selbstverständlich. Nein, also ich fühle mich unterhalten, gebe aber zu, ich sehe viel zu wenig Peter lustig und dafür viel zu viel. Das ist ja quasi nur ein Spieler. Ich habe mir die Folge gestern einmal angeguckt und jetzt eben kurz, ja, heute Mittag habe ich es mir noch einmal angeguckt. Kann man da gut hingucken. ich mag Peter, deswegen ist meine vier echt das höchste der Gefühle. Julian. Ja, drei. Boah, seid ihr streng. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mit einer Sechs die Höchstwertung anlege. Du magst ja auch Peter steht im Bach, was wir dann erwarten. Ja, in der Tat, das ist hier für mich dadurch, dass die, ja genau, dass die Themen mich halt ansprechen, ist das so eine schöne Nebenbeifolge. Die gucke ich mir gerne an, wie bei Peter steht im Bach, wo ich Wasser einfach liebe. Ich liebe Wasser. Ich würde am liebsten den ganzen Tag einfach am Wasser sitzen. deswegen, klar, wäre das jetzt hier ein anderes Thema, wird bei mir eine 2 oder eine 1 stehen. Da wäre ich der streng, aber so, holt mich doch voll ab, ist doch super. Die Folge wird es trotzdem nicht in die obere Hälfte geschafft haben, oder? Es schafft es in die Top 100 mit 93 Punkten. Oh, das ist doch was. Platz 93 und 93 Punkte geht ja nicht, nämlich 40 Punkten, was ja aber auch sehr stark ist. Ja, gut, damit haben wir die Folge abgehandelt. Es gab, und das hätte ich eher gedacht, bei diesen ganzen Titel, wie kleine Tiere groß werden, die neue Kategorie Die hässlichsten Tierbabys der Welt. Aber das kam nicht vor. Da waren keine hässlichen Tierbabys. Das war, das war alles süß. Schade. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es ein bisschen Feedback auf Spotify, kann man ja kommentieren. Lynn Tonic weiß das und hat geschrieben, man kann fleischfressende Pflanzen komplett mit Tofu ernähren. Finde ich super faszinierend. Moment einmal, gibt es darüber eine Langzeitstudie? Sie hat das mal zwei Tage lang ausprobiert. Ja, weiß ich nicht, ob das Okay. Ja gut, aber dafür ist Spotify da, um auch mal so Funfacts zu droppen oder auch eine E-Mail einfach zu schreiben, wie Thomas, Hallo Julian, Hallo CF. Hatte ich sogar richtig geschrieben, CF? Ich habe heute die Podcast-Folge mit den Lamas angehört und bekam gar nicht mit, dass da mein Kommentar vorgelesen wurde, dann aber doch, den er da bei Facebook zu der Gockeldings-Folge geschrieben hat. Er ist immer wieder erstaunt, sagt der Thomas, dass so viele Leute Schwierigkeiten mit seinem Nachnamen heißen haben. Die Betonung liegt nämlich auf dem O. Er heißt nicht Tohang, wie ich gesagt habe, sondern Tohang. Na okay, dann ist das jetzt klar. Und er fand die Folge mit Geraldine auch super und hatte sehr viel Spaß beim Zuhören und hört sie wahrscheinlich bald nochmal. Dann wäre auch irgendwann gerne mal dabei, zum Beispiel bei der Folge Peter und das Geheimnis der Schlange. Ja, das ist schon notiert. Das ist schon alles da. Ich glaube, du bist der Erste, der sich tatsächlich auf ein Codewort meldet. Das haben wir schon mehrfach auf Spaß gesagt, sowas wie, schreibt mal Expo 2001, wenn ihr die Familienfolge am Ende durchgehört habt oder sowas. Die Codeworts kam nie. mit der Expo. Ja. Hier und da werde ich noch nachts angerufen und wird mir erzählt, ob wir auf der Expo kommen. Ja gut, das kriege ich ja nicht mit. Ich lasse das ja hier alles. Ich bin doch nicht empfangbar für sowas. Ihr könnt auch per WhatsApp euch melden. 015 1 1 8 4 4 2 3 9 4. Sprachnachrichten auch gerne, aber alles unter einer Minute und bitte keine kalten Anrufe. Dann werdet ihr gnadenlos wegblockiert und das war es mit dem Löwensam-Podcast. Wir sperren den RSS-Feed für euch. Ihr könnt dann nie wieder hören. Und hier hat sich mehr mit Freude, weil ihr wisst, dass ihr, naja. Nicole hat sich per YouTube wieder gemeldet, hat geschrieben zur letzten Woche. Wieder eine tolle Folgenbesprechung. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, aber auch gefreut, dass ihr eine Folge über Pflanzen genommen habt und diese bei euch so gut abschneidet. Kurz zu eurer Frage, weil wir ja gesagt haben, wie denn, Peter, wie, der nimmt ja den ganzen Sauerstoff. Wir haben doch gesagt, der bringt doch auch Sauerstoff. Und das hat Nicole jetzt hier aufgeklärt. Wie jedes Lebewesen betreiben Pflanzen auch Zellatmung. Hierbei wird aus Zucker und Sauerstoff wieder Kohlendioxid und Wasser. Dieser Vorgang läuft ständig parallel ab und parallel gibt es aber auch die Photosynthese, wobei die umgekehrte Reaktion stattfindet ab einer bestimmten Lichtintensität. Also wenn es jetzt nicht mehr hell genug ist oder weiter, dann kehrt es sich um. Dann verbraucht er quasi mehr, als das er abgibt. Und da hat Peter vollkommen recht, recht nachts wird ihm da quasi Sauerstoff weggeatmet. Aber das macht natürlich nichts im Bauwagen, sagt sie. Naja, auf dem kleinen Raum würde ich, da hätte ich doch schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Bei Dunkelheit nehmen sie quasi mehr, als dass sie abgeben. Und bei Helligkeit, da geben sie Sauerstoff ab ohne Ende und du kannst dich daran erlabeln. Schön, dass er dann neben dem Kaktus schläft, der größer ist als der Bauwagen. Aber gut. Ja, und dann hat sich der Hendrik gerade frisch per E-Mail gemeldet und hat geschrieben, dass er gerne Sticker haben möchte. Kann er kriegen, aber die Adresse brauchen wir natürlich dazu. Habe ich ihm auch geantwortet. Also wenn ihr Sticker haben wollt, das kann ich machen, aber ich müsste dann schon wissen, woher ich die schicken will. Also ihr könnt da auch gerne eure Nachbarn trollen oder der Oma Sticker schicken. Ich nehme dann die Adresse für wahre Münze. Aber ich brauche dann schon eine Adresse. Meldet euch gerne an mail.hintermbauwagen.de mit einer Adresse. Hast du schon welche? Michael, hast du hier schon mal Sticker geschickt? Da habe ich jetzt gerade die ganze Zeit drauf gewartet, dass ich von dir das gefragt werde. Ja, das finde ich unsere Gage. Julian, schick mal ein paar mehr. Ich möchte, dass ein Foto auf dem Zwergkaninchenkäfig von unserem Bauwagen Sticker existiert. Nein, jetzt ernsthaft, das war das erste Mal, dass ich mit euch überhaupt in Kontakt getreten bin. Ich habe ja geschrieben, dass ich immer der stille Hörer bin. und auf einmal war ich bei euch auf der Internetseite und dann habt ihr da reingeschrieben, ey, wir haben hier Aufkleber und daraufhin habe ich mich zum ersten Mal bei euch gemeldet. Krass, ja, du musst verstehen, weil wir haben viele Leute, das weiß ich nicht mehr, wie ich da was geschickt habe. Aber sind sie denn noch angekommen? Ja, sie sind angekommen und jetzt kommt ja meine Pointe. Ich habe euch dann geantwortet, ich so, ey, die sind super schnell angekommen, freut mich riesig, ich werde die auch werbewirksam marketingtechnisch einsetzen. Aber sie halten mich? Nein, pass auf, folgendes, ich habe die ja wirklich, ich habe die jetzt nicht bei mir zu Hause im Büro oder was, also in meinem Arbeitsbüro, sondern ich bin, das kann ich hier sagen, das ist gar nichts Schlimmes, ich bin Reha-Ausbilder. Bedeutet, ich bringe Menschen, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, aus welchen Gründen auch immer, dem bringe ich einen neuen Beruf bei. Und wir haben in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, auch ein Internat und da spricht man mit den, die da im Internat wohnen, auch schon mal hier und da und da reden wir unheimlich viel über Podcasts. Was für Podcasts gibt es, was ist interessant, was ist spannend und dementsprechend haben wir im ganzen Haus auch schwarze Bretter und da habe ich diese Aufkleber platziert. Julian, noch mal ein paar mehr, noch mal ein paar mehr loschenken. Ich mache noch welche mit QR-Code, komm. Da muss vor allen Dingen auch draufstehen, dass das ein Podcast ist, da muss noch ein Spotify-Logo drauf und so, also wir müssen da loschen. Ich glaube das ja, nicht verkehrt, aber wo gemerkt, wir haben unsere Umschüler, Umschülerinnen, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was total aus dem Ärmel geschüttelt ist, da ist ein Dachdecker, der ist 40, 42, 45 Jahre alt, fällt vom Dach, Rücken kaputt, der kann nicht mehr als Dachdecker arbeiten. Der kann aber noch Dachdecker aufzuhören. Das wollte ich jetzt auch sagen, das ist unsere Zielgruppe. Und dann bringen wir dem in einem neuen Beruf bei, ich bin jetzt im kaufmännischen Bereich, bin ich unterwegs, und wenn der bei uns im Internat sitzt und sagt, ja so ein Podcast, guckt auf schwarze Brett und sieht, alleine den Aufgämmen mit dem Bauwagen, dann reicht das. Da steht drauf, hinterm Bauwagen, der wirft Google an oder Bing, Entschuldigung, und dann findet er euch und genau so ist es auch passiert. Ich habe die strategisch bei uns wohl gemerkt, das sind schwarze Bretter hinter Glasscheiben, das heißt, ich habe die da nicht draufgeklebt, sondern ich habe die so gelassen, wie sie sind, und habe die überall im Ganzen, wir haben 700 Betten, also von daher, habe ich die strategischen an schwarzen Brettern verteilt und das eine oder andere Feedback ist dann auch schon bei mir in der Klasse angekommen oder bei meinen Klassen, hast du gehört, da ist hier hinterm Bauwagen, da hat einer weiter Hintergang, ich habe da mal reingehört und daher freut mich das ungemein und ich wünsche euch jeden, jeden einzelnen Hörer, den ihr kriegen könnt, weil der es richtig geil macht. Das ist sehr lieb von dir, also dass ich dir auch schon welche geschickt habe, das hatte ich jetzt so nicht mehr drauf, kann aber natürlich sein, du wirst auf jeden Fall jetzt bei Zeiten irgendwann mal so einen Umschlag bekommen, der etwas dicker ist. Nun, dann warte mal, die Version 3 hat QR-Code und wieder den Schriftzug der Löwenzahn-Fan-Podcast. Wir müssen jetzt alles machen, alle, jede Chance nutzen. Genau, also wenn ihr jetzt da draußen noch welche von den raren Stickern haben wollt aus der Zeit, wo das noch nicht drauf stand, dann meldet euch jetzt noch ganz schnell, aber bitte mit Adresse, das wäre wichtig. Ich habe übrigens, wo wir jetzt die ganze Zeit über Peter Lustig gesprochen haben und auch darüber, was es so gibt von ihm und dass du ja auch andere Sachen von ihm gerne anguckst, ich gucke ja manchmal auf Ebay, nach Peter Lustig und ich schicke euch beiden jetzt mal dir CF per Telegram und zwar jetzt und ihr seht es bei YouTube eingeblendet und dir per WhatsApp auch so nicht richtig ganz offizielles Merchandise, was man bei Ebay finden kann. Ein T-Shirt, was gar nicht so lustig aussieht und zwar wird da Peter benutzt und da steht da drauf, Löwenzahn, Schluss mit lustig. Ich weiß es nicht, was das ist, aber das ist auf jeden Fall kein offizielles Merch, man kann es aber trotzdem kaufen, wenn man will, neu ohne Etikett für 1999 von jemandem, der auch noch keine Bewertung hat, also was ist das denn? Soll diese Frakturschrift darauf hinweisen, dass das alt ist oder soll das in irgendeine Richtung gehen? Das weiß ich auch nicht. Das sieht mir sehr unseriös aus. Das ist auch unseriös, aber das sowas finde ich dann und dann wird das beworben mit Peter Lustig, Löwenzahn. Naja, also wir sind gern für Merch zu haben, es muss auch nicht offiziell sein, aber es muss wenigstens sympathisch sein, aber sowas findet man auch im Internet. Boah, okay, das hättest du glaube ich ohne deinen Alert auch nicht mitbekommen. Ne, naja, ich hab das, genau. Ja, beobachte mal, wenn wir wissen, ob das irgendwer kauft. Ja, keine Ahnung. Also ich bin ja auch so, ich mag ja Autogrammkarten und so und da gibt es auch so viele Leute, die das irgendwie ausnutzen, irgendwelche Pressebilder einfach sich runterladen und dann selber auf Fotopapier ausdrucken und das dann online stellen, das irgendwo draufdrucken, das ist natürlich nicht erlaubt, aber das sieht schon komisch aus. Im ersten Moment dachte ich, ach guck mal, das kenne ich ja noch gar nicht und dann hab ich das hier gesehen. Naja, CF, was machen wir jetzt eigentlich nächste Woche? Feierabend. Achso, nee, es müssen ja weitergehen, wir haben ja jetzt große Werbetrommel gerührt von 700 Betten. Es müssen ja weitergehen. Da sind noch ein kleinen Jungen, der immer so in so Kurzvideos auftaucht, der sagt, ja, wir müssen nochmal, lass doch mal einen Schnaps zusammen trinken und das Leben muss doch weitergehen. Kennst du den? Nee, so ein kleiner zweijähriger Junge, der so einen Satz sagt, was die Eltern gefilmt haben. Zweijährige können auch gar nicht sprechen. Ja, sowas, ja, ich habe hier eine Folge stehen, bei der ich denke, das könnte noch so ein kleiner Highlight in der Peter-Lustig-Welt sein, aber ich lasse mal mein Highlight, das ich hier stehen habe, erstmal antreten gegen Michael. Du hast ja gesagt, du guckst alles mehrfach durch, du hast doch bestimmt auch noch eine auf der Hinterhand. Wo packst du dir an den Kopf, dass wir das noch nicht besprochen haben? Wo sind die Perlen noch? Also, dass ihr die Folge ausgelassen habt. Ich muss dabei sagen, ich habe jetzt wirklich nicht im Stehgreif, kann ich nicht wirklich sagen, was habt ihr besprochen, was nicht. Weil ich habe hier nur einen Rechner. Ja, das weiß ich, da komme ich doch gar nicht drauf. Okay. Ich habe hier nur einen, also das schaffe ich nicht. Also, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wenn er sie besprochen hat, Asche auf mein Haupt, Peter hat viel Zeit. Haben wir, haben wir. Okay. Und ich weiß, was vor kurzem in der Verlosung war und es leider nicht geschafft hat. Ich war kurz davor hier in die Tischkante. um zu beißen. Schmetterlinge für Bärstadt. Ach, das ist noch ein Highlight? Ja, finde ich absolut genial. Ich sage mal, vorsichtshalber, Realismus sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist lohnenswert, obwohl es, obwohl es ohne Herrn Paschulke ist, obwohl, da sind wir, glaube ich, uns alle drei einig, Paschulke, Peter Lustig, diese Kombination war genial. Das sind auch allgemein meine Lieblingsfolgen. Aber Schmetterlinge für Bärstadt hat für mich schon, ich finde die Folge richtig toll. Ich finde den Text, der fängt schon gut an. Ich lese mal kurz vor. Peter ist so stolz auf seinen neuen Kimono aus echter Seide. Seine Freude wird leicht getrübt, als er für das edle Stück bezahlen muss. Warum ist das so teuer? Okay. Ja, pass mal auf, ich habe hier zwar auch so ein kleines Highlight stehen, aber ich bin ein kleiner Fisch gegen dich. Insofern, ich vertraue dir komplett, es ist Folge 162, Schmetterlinge für Bärstadt, die wir nächste Woche besprechen. Julian, freu dich drauf, wieder Tiere. Ja, und kleine Tiere, Raupen. Auch eine schöne Verwandlung. Statt Kaulquappen hätte man auch das nehmen können. Das hätte man auch zeigen können, ja, aber vielleicht passen die mir, wobei, die, weiß ich nicht genau, wie das ist. Wir werden das nächste Woche alles erfahren. Dann danken wir dir sehr, Michael, für die Besprechung, für das Interesse. Ich danke euch, ich danke euch. Darf ich noch eine kleine Lobhuldung an Julian aussprechen? Das höre ich jetzt aber sehr ungern, aber na gut. Ja. Nein, es geht wirklich um Julian. Wir, also meine Frau und ich, wir haben, wie gesagt, wir haben zwei kleine Babys hier, wir haben Zwillinge und ja, da lohnt es sich nicht, wirklich einen ganzen Film zu gucken. Dementsprechend läuft die Löwenzahn noch rauf und runter, weil das sind so kleine Folgen. Da kannst du immer mal wieder reingucken und dann habe ich irgendwann von Julian einen weiteren Podcast gehört, den er einmal im Monat veröffentlicht. Ich nenne jetzt keine Namen, ich mache keine Schleichwerbung, nein, aber seitdem wechseln wir uns hier regelmäßig ab mit Löwenzahn und Hallo Spencer. Oh, das freut mich sehr. Hallo Spencer, das ist ja auch ein großes Archiv, wo man noch reingucken kann. Also, aber ich nehme an, du als Freund der alten Schule wirst dir nur die Runddorf-Folgen angucken. Ich habe bis jetzt ja Glück gehabt, da ich mir diese Playlist angucke und da war bis jetzt doch gar nichts anderes. Also, ich habe mir den Podcast von dir angehört, mit dem, ich komme nicht drauf auf den Namen, sorry, mit dem Erfinder von Hallo Spencer und wie es dazu gekommen ist, genau, wie es dazu gekommen ist, dass es auf einmal nicht mal das Runddorf ist. Ich habe irgendwie Glück gehabt, dass ich bis jetzt, weil ich bin eigentlich Runddorf-Fan, weil das ist, ja klar, natürlich. Ich würde bei den anderen auch reingucken und breche dann nicht grundsätzlich sofort ab, aber ich hatte bisher Glück, dass ich mir nur die Älteren angesehen habe. Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, es kommt nichts Neues mehr. So ist das. Schon lange nicht mehr. Aber warten wir doch mal ab, was auch so passiert. Ja, ich hoffe, ich drücke dir die Daumen. Vor allen Dingen wird es auch nicht mehr wiederholt. Es gab, bis 2011 lief es zumindest noch in Wiederholung im NDR Fernsehen, aber irgendwie hat man sich da auch überworfen, as far as I know. Ich bin bei seinem Kanal. Ich bin bei seinem Spinsa TV. Ach so, du meinst den YouTube-Kanal. Ja gut, das ist halt, ich glaube, da hat er auch irgendwann alle Folgen hochgeladen, die er hochladen konnte, die ihm nicht selber weggestrikt werden. Das ist auch ziemlich großartig. Da bin ich jetzt kein Experte. Und da wollen wir Fans natürlich am liebsten das sehen, was es früher gab. Aber es gibt da drei ganz gute DVD-Boxen, die auch einigermaßen gut bestückt sind mit ganz vielen Folgen. Also da kann man sich, wenn man so einsteigen will in die Dispenser-Welt, da eigentlich relativ gut erstmal reinfuchsen. Und wenn dir dann Folgen fehlen, dann musst du dich bei mir melden. Habt ihr mal eine Löwenzahn-DVD gehabt? Ich glaube, die haben uns noch nie mit beschäftigt, ne, Zef? Was heißt denn DVD, die normalen DVDs mit den Folgen, die erschienen sind? Im Handel? Mit den Folgen, die erschienen sind, aber dass du, jetzt wo gemerkt, ich bin jetzt hier kein PC-Nerd, oder dass ich mich damit auskenne, aber ich kann mich daran erinnern, dass es eine DVD gibt, ich hab die selber auch, da musstest du so ein Rätsel lösen, um dann noch eine Zusatzfolge zu gucken. War nur eine Antwort falsch, konntest du die nicht sehen. Okay, da müssen wir jetzt die Schwarmintelligenz fragen. Ich hab die digital vorliegen, als CD nicht, aber auch als richtige Warp-Datei, das bedeutet hier mit Menü und allem. Das heißt, wenn wir da mehr Tipps bekommen, dann können wir das gerne erforschen. Das wird der Sascha vom Löwenzahn-Fanclub uns erzählen, das werde ich nächste Woche im Feedback vorlesen, bei welchen Folgen. Ich glaube, das Problem war auch, weswegen wir uns da nie so mit beschäftigt haben, dass das auch immer wieder dieselben Folgen waren, die sie da haben. Selbst auf die neue Box von PDAX haben es ja gar nicht so richtig viele Folgen geschafft, die dann irgendwie noch interessant gewesen wären. Und da wir hier so nahezu das Komplettarchiv auf Festplatte haben, haben wir uns mit denen damit nie beschäftigt. Aber wenn es endlich mal soweit wäre, dass es ordentliche Boxen gibt, die quasi im Saturn stehen und wo dann so eine Art Komplettarchiv drauf wäre, das würde uns natürlich freuen, weil das auch für unseren Podcast wäre, wenn das einfach wieder ein bisschen mehr gestreut wird. Immerhin läuft ja, zumindest in der ZDF-Mediathek deutlich mehr als früher. Als wir angefangen haben mit dem Podcast, da war das eine Handvoll auf PETA-Folgen und jetzt sind das 80% oder 70% aller PETA-Folgen aktuell frei verfügbar. Das ist schon mal ganz gut. Auf jeden Fall. Aber leider Gottes mit völlig falschen Namen. Das ist total doof zu suchen. Das ist absolut richtig. Also falsche Bilder und das ist teilweise echt eine Katastrophe und wenn ich da bei der Mediathek reingehe und mache mir eine Folge dran, es kommt eine Folge, es kommt die zweite Folge und spätestens nach der dritten wird mir automatisch die Reise ins Abenteuer vorgeschlagen. Die möchten dich zu Fritz Fuchs bringen. Ja, ich habe das Gefühl auch. Ich versuche so einmal im Quartal mal durchzugucken, was hat sich verändert. In der Mediathek könnten wir da unser eigenes Archiv noch updaten. Das gebe ich auch irgendwann auf. Das ist gar nicht so leicht. Also es ist wirklich total blöd. Es gibt so Mediatheken-Downloader, ein ganz cooler, ich denke, der ist einigermaßen legal, der heißt Mediatheke View. Der geht quasi über alle öffentlich-rechtlichen Mediatheken und da kann man sich als Datei abspeichern, aber selbst da, das ist total doof zu gucken. Also das ist, ich weiß es nicht. Also ich finde auch, das ist sicherlich bedienerfreundlich, wenn Leute dann sagen, oh, ich hätte gerne eine Folge über Elefanten, aber für uns Nerds, die wissen wollen, welche Nummer ist das jetzt, welche habt ihr denn da online, welche fehlt. Also du drehst dich da relativ schnell im Kreis, wenn du da durch die Mediathek gehst. Und für mich ist einfach so, ich weiß nicht, wie der heißt, Phineus Ferb? Ja, das ist ein alter YouTube-Kanal, genau, ja. Der macht ja auch alles Kraut und Rüben. Da habe ich ja schon geguckt als Vorbereitung hier. Ja, aber da hast du wenigstens doch den Vorteil, es ist halbwegs, halbwegs chronologisch. Ja, und das ist eigentlich das Schlimme, dass man da quasi auf solche uralten, privaten YouTube-Kanäle zurückgreifen muss, um irgendwie eine Übersicht zu haben und dass die ZDF-Mediathek, die alles in viel besserer Qualität mit Vor- und Abspann da hat, dass man da so eine Gesuche hat. Das ist wirklich doof, ja. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wir hatten gerade über gesprochen, welche Folge noch besprochen werden sollte. und da hatte ich gesagt, Peter hat viel Zeit. Und da habe ich gesagt, ja, die haben wir schon besprochen. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht komplett auf dem Schirm. WCF, wann haben wir das besprochen? Weißt du das? Ich habe mich gefragt, was Zeit ist. Genau, und darum geht es mir. Es geht mir um dieses eine einzige Lied. Da bist du nicht alleine. Da haben wir schon ein paar Anfragen zu bekommen, weil es die anscheinend in ungeschnittene Version sehr, sehr selten zu finden gibt. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. War das Lied nicht online? Das ist ja sowas von toll und vor allen Dingen zweideutig. Fehlt dir das noch in deiner Sammlung? Zweideutig. Das fehlt mir definitiv. Da würden wir Domian-mäßig sagen, bleib doch mal gleich nach der Sendung dran. Dann kriegst du nämlich einen Weed-Transfer mit der kompletten Folge in bester Qualität als Gage, denn die Aufkleber hast du ja schon. Ja, die habe ich. Aber das ist alles gut. Aber das Lied ist wirklich, weil das ist für mich, Lied ab mit Peter lustig, Top 5. Ja, das ist auch irgendwie nicht rausgekommen auf CD. Dieses Lied, das ist so verschütt gegangen. Das stimmt. Das stimmen wir zu. Also Julian hatte das auch immer rausgecuttet, weil wir halt schon mal die Anfrage hatten und hat mir das dann halt mitgeschickt, weil wir halt selbst noch so die Lieder aus den Folgen schneiden, die nicht auf eine Audio-CD geschafft haben. Und das Ding, das lief bei uns beiden, aber wirklich in Dauerschleife. Immer wieder. Und auch manchmal das Lied von Benno. Nur Zucker, das lässt sein, das finde ich auch ganz gut. Ja. Ja, okay. Gut. Ich habe deine Mail noch, ja, ich habe deine Mail noch mal rausgesucht und hier steht drinnen, ihr dürft mich für jede Folge einplanen, in der ihr gerne externen Input hättet. Das würde ich auf Wiedervorlage läden. Also wir melden uns bei dir gerne nochmal. Also hat richtig Spaß gemacht. Julian, wenn da wieder so eine Folge ist, wo wir thementechnisch schon denken, ach du meine Güte, haben wir jetzt einen Joker. Ja, also wenn CF sowas während der Aufnahme im Podcast sagt, ein größeres Kompliment kannst du da nicht bekommen aus Hamburg. Okay, alles klar. Infiltriert worden gerade. Asche auf mein Haupt. Ich verneige mich gerade. Nein, also es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht mit euch und ich hoffe nur, ihr bleibt am Ball, ihr macht da weiter mit. Ich wünsche, dass ihr ganz, ganz viele Folgen macht mit Fritz Fuchs, damit Peter Lussi irgendwann ausgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch von Peter Lussi offen habt. Ich gebe mir Mühe, noch einige. Ja. Wir strecken das noch. Ich bleibe bei Bergfest. Aber auch dann sind es ja noch drei Jahre. Das ist richtig. Nochmal, nichts gegen Fritz Fuchs. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Von uns so gut. Du Hammersfahrer, mach das toll, ohne Wenn und Aber. So ist es. Zerf, ich würde jetzt dann doch so langsam mal die Woche starten, denn heute ist ja schließlich Moda. Ich vergesse immer, dass wir ein Montagspodcast sind, weil wir natürlich ein, zwei Tage vorher aufnehmen, manchmal auch Sonntagabend noch. Also während wir jetzt quasi ins Wochenende gehen, gehen alle Hörer in die Woche und die müssen arbeiten. Deswegen würde ich jetzt so langsam zum Schluss kommen. Deswegen haben wir die gute Laune und ich bin mit dem. Die gute Laune der Vergangenheit, hört ihr gerade. Dann bleibt nichts weiter, als Danke zu sagen, und wir hören uns nächste Woche wieder mit Folge 162 Schmetterlinge für Bärstadt, eine Empfehlung des Hauses. Danke Michael, bis dann. Bis dann. Ciao. Okay Michael, da du ja nächste Woche jetzt nicht direkt wieder dabei bist, welche Punkte würdest du denn schon mal geben für die Folge? Unterhaltung? Jetzt für Schmetterlinge für Bärstadt? Schmetterlinge für Bärstadt? Boah, Unterhaltung. Unterhaltung? Zehn. Neun. Okay, und Lerneffekt? Zehn. Und Realismus? Null. Nein, nein, Null geht nicht, weil der, wenn der fünf verschiedene Terrarien haben kann, dann kann er auch ein Gewächshaus haben. Ähm, vier. Okay, alles klar, aufgeschrieben. Oh nein, was erwartet uns da? Ich hab mir das schon mal aufgeschrieben, dass er auf meiner Bewertung steht. Ich hab mir da Rat geholt. Okay. Vielen Dank.